Das Viertelfinale der Champions League steht an und Waffi das Rackl ist rechtzeitig zur Stelle für einen Tipp. Auf geht's Waffi! Kommt bei Porto raus, sucht jetzt erstmal die Mitte. Bleibt da kurz stehen, jetzt Richtung München. Kurz davor zögert noch schnell doch jetzt die Entscheidung für einen Sieg des FC Bayern München. Untertitelung des ZDF, 2020